Ja moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. In diesem Video gucken wir uns wieder den täglichen Gingshan-Shop an und wir gucken mal, was wir so Neues bekommen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Valkyre heute nochmal im Shop bleiben wird und der Frostwing heute verschwindet. Ich wollte den mir holen, aber ich habe mich einfach dagegen entschieden, Leute. Keine Ahnung, warum mir... Ich wollte den einfach nicht mehr haben. Ich weiß nicht, warum. Zu viele fliegen damit rum und es ist irgendwie nichts mehr Besonderes. Aber Leute, was ich nochmal anmerken wollte, wenn ihr Bock auf einen Royal Bomber-Skin habt, dann lasst ein Like da, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da, natürlich die Glocke auch aktiv halten und mir auf Instagram folgen. Tactics Gaming-YT ist auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Da wird nämlich das Ganze verlost, also ausgelost sozusagen. Die Auflösung kommt nämlich da und nicht hier in einem Video. Deswegen da abchecken, definitiv empfehlbar. Dann gucken wir uns jetzt mal direkt den Gegenstand shoppern und wir gucken mal, was wir Neues bekommen. Und die Battle Pass-Stuben werden safe bleiben. Und Leute, wir haben heute nochmal den Grill-General bekommen. Für 800 V-Bucks könnt ihr euch heute den Grill-General kaufen. Der war ja, glaube ich, wieder draußen. Der war drinnen, dann haben sie den wieder rausgenommen. Und jetzt ist er wieder drinnen und ihr könnt euch den Grill-General holen. Für 800 V-Bucks, ihr habt ja die V-Bucks auch wieder zurückbekommen. Das war der Skin. Es kann auch sein, dass ich mich gerade irre, aber nein, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es dieser Skin war. Und der ist heute komplett neu. So, für 800 V-Bucks ein Skin, den man sich wirklich gönnen kann. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Es will einfach nicht vorbeigehen. Aber für 800 V-Bucks, wie gesagt, auf jeden Fall ein Skin, den man sich auf jeden Fall gönnen kann. Dann haben wir nochmal ein neues Emote. Ungewöhnliches Emote. Und zwar Ruf zur Schlacht. Für 200 V-Bucks. Ja, auf in den Kampf. Das ist ein Siegesschrei oder was weiß ich. Ruf zur Schlacht. Sehr, sehr cool. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Und 200 V-Bucks ist eigentlich allzu viel, Leute. Also kann man sich auf jeden Fall geben, also gönnt euch das Teil, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, dann lasst es einfach und guckt einfach, was noch so im Shop ist. Und ja, das machen wir auch mal direkt. Und zwar haben wir den Sherpenfeldwebel. Ja, für 1200 V-Bucks diesen Skin heute im Shop. Ein seltenes Outfit. Ein Outfit, was ich sehr feiere. Mich ein bisschen an Indiana Jones. Ja, richtig cooler Skin kann man auf jeden Fall machen. So ein Ranger auf jeden Fall aus Amiland. Und für 1200 V-Bucks ein Skin kann man nicht mehr kern. Kann man definitiv nicht mehr kern. Also den finde ich richtig, richtig cool. Und der sieht auch richtig fresh aus. Also gönnt euch den, wenn ihr Bock drauf habt. 1200 V-Bucks. Und in der Videobeschreibung habe ich auch nochmal V-Bucks verlinkt. Also PSN-Karten, wo ihr euch V-Bucks gönnen könnt. Ihr unterstützt mich damit. Und Leute, ihr könnt auch einige Euros sparen damit. Ja, deswegen lohnt es jetzt auf jeden Fall auch für euch. Und wir gucken mal direkt weiter, was wir noch so im Shop haben. Ein episches E-Mode. Tanztherapie. Da steht, lass es einfach raus. Und so dementsprechend sieht es auch aus. Es ist kein richtiger Tanz. Es sind keine richtigen Moves. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist ein Mix aus Marathon, aus, keine Ahnung, Songgruß und Eiskunstlauf. 800 V-Bucks, Leute. Gönnt euch das, wenn ihr Bock drauf habt. Für so einen abgespaste Tisch. Leute, ich weiß gar nicht, wie ich das Ding beschreiben soll. Aber 800 V-Bucks. Auf jeden Fall ein E-Mode, was man sich gönnen kann. Und es sehr, sehr auffällt. Und witzig ist. Dann haben wir nochmal ein seltenes Erntewerkzeug. Cliffhanger für 800 V-Bucks. Ein Erntewerkzeug, was ich mir persönlich nicht unbedingt kaufen würde. Ich finde es irgendwie nicht so besonders. Es hat einfach so ein Metallmuster und einen Griff. Und oben sieht es einfach aus wie ein ganz normaler Spaten oder eine Spitzhacke. Die Beschreibung ist Kletterer mit der Bergsteiger-Spitzhacke bis ganz zur Spitze für 800 V-Bucks. Und Leute, es gibt wirklich für 800 V-Bucks einige Dinge, die man sich gönnen kann. Aber nicht den Cliffhanger. Den finde ich nicht so besonders, keine Ahnung, für ein Erntewerkzeug 800 V-Bucks auszugeben. Ist zwar nicht viel, aber ich finde, der bietet einfach viel, viel, viel zu wenig dafür. Keine Ahnung, ist meine persönliche Meinung. Wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr ihn natürlich auch gönnen. Ich kann euch das nicht verbieten. Ich kann nur meine persönliche Meinung sagen. Einige wollen es hören, einige nicht. Das sehe ich immer in den Kommentaren. Aber wie gesagt, ich persönlich würde ihn mir nicht holen. Dann haben wir natürlich nochmal die 10 Battle Pass Stufen heute im Angebot. Für 900 V-Bucks kann man sich auf jeden Fall auch geben. Ganz, ganz wichtig, Rückerstattung nicht möglich, wenn ihr die Battle Pass Stufen einlöst. Aber für 900 V-Bucks kann man sich das auf jeden Fall geben, wenn man noch nicht weit genug ist. Was ich euch sagen wollte, dieses Wochenende ist auch nochmal 400% EP Boost. Also gönnt euch dieses Wochenende, spielt nochmal ordentlich durch und ballert nochmal euer Level ganz, ganz hoch. Damit ihr den Ragnarök und sowas auch nochmal bekommt und full seid. Ansonsten könnt ihr euch für 900 V-Bucks den Battle Pass voll machen. Und ja, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, um den Ragnarök auch nochmal zu bekommen. Dann haben wir heute nochmal den legendären Hängegleiter, auch den Frostwing. Das erste Mal, dass ein Hängegleiter oder allgemein irgendwas drei Tage hintereinander im Shop war. Sehr, sehr komisch. Ich weiß zwar nicht warum, aber Epic Games dachte sich wahrscheinlich, okay, viele haben diesen Hängegleiter gefeiert. Deswegen lassen wir den nochmal im Shop. Für 1500 V-Bucks habt ihr heute nochmal die Möglichkeit, diesen Hängegleiter zu kaufen. Ich auch noch. Ich überlege es mir sogar nochmal. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, Epic Games will sagen, kauf ihn dir doch einfach. Ich weiß nicht wieso, aber ich schaue mal. Aber wir haben noch einen Skin im Shop. Und den kennt ihr ja, die Valkyre für 2000 V-Bucks mit dem Valkyren schwingen. Heute nochmal im Shop. Könnt ihr euch auf jeden Fall heute auch nochmal gönnen. Das war der Gegenstandshop. Heute ein neues Emote. Ruft zur Schlacht. Und der Grillgeneral ist auch neu. Könnt ihr euch beides gönnen. Ansonsten, wenn ihr keine V-Bucks habt, unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch nochmal günstige V-Bucks gönnen. Und das war es beim Video. Macht euch beim Gewinnspiel mit, was ihr machen müsst. Ganz einfach ein Like da lassen. Abonnent von diesem Kanal, seht ihr natürlich die Glocke auch aktiv haben. Und mir auf Instagram folgen. Tactics Gaming und Strich YT steht auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich sage tschau und tschüss und bis zum nächsten Mal.